Hi, ich bin Spures, vom Herresvorrat Holmer. Ich habe eine liebe Ansage an meinen Freund Stefan Hans, Trainer von Pfingst 05. Stefan, ihr habt in der Hinrunde mit Glück gewonnen und in der Rückrunde werden wir aber gewinnen, weil ich möchte raus aus dem Tabellenkeller und ich weiß, wir packen das und da hilft nur ein Sieg gegen Pfingst. Das ist ein Sieg gegen Pfingst 05.